So, weiter geht's. Ich muss leider ehrlicher zugeben, dass ich ein wenig müde bin. Falls man es merkt, es tut mir leid, aber ich hab Bock. Bock das Game durchzuspielen. Ich denke, ich bin nicht besser. Oh, Alter. Oh, lol. Oh, lol, Alter. Oh, das ist ein KT, jetzt. Das macht schon viel Damage, Alter, gegen die Dinger. Ha. Alter, jetzt ist ein Schwarm, der aus den Dinger verfolgt, Alter. Hm. Also, entweder der Hund macht, dann wird der Match. Also, das Ding ist gut. 1, 2, 2 muss sein. Oh, leider. Schau, da haben wir was Kunden. Da haben wir was Kunden. Des Gluterbes. Was macht der Ring des Glut? Okay. Also, 15 sind das Dinger. Oh, lol. Okay. Da kommt was. Das ist was Großes. Also, nicht so ein, sagen wir zwei nebeneinander. Was ist denn die Saat eigentlich? Ist das wie so ein Virus oder was? Wirkt irgendwie so. Was ist denn die Saat eigentlich? Ist das wie so ein Virus oder was? Wirkt irgendwie so. Hm. Da kommen halt schon einige. Weil der ist mit dem Schwarm, das macht den ja komplett fertig. Das reicht erstmal. Okay. Alter, da unten wäre sogar noch so ein Kristall. Ich glaube bei dem Kristall waren wir schon. Ah. Oh Mann. Nächster Checkpoint. Das ist nicht gut. Das ist ganz und ganz gut. Hört sich nach einem Boss an. Das ist nicht gut. Das ist ganz und ganz gut. Hört sich nach einem Boss an. Toll und dann kämpfen wir gegen die Peitschen der Weide. Gibt er rückte Grenzen. Wow. Oh. Ist die Mod deine Gierse. Oh. Oh. Okay. Ah. Das war dann. Blöds also. Das war irgendwie ganz schwach. Okay. Shit, shit, shit. Hm. Was soll ich denn jetzt? Leider haben das funktioniert nicht so geil. Ja, weg du. So. Hier geht die Oster aus, alter. Da hat er schön, dass wir was brauchen. Ränt der jetzt? Ne, der brennt nicht mehr. Boah, alter, der hat ja überall viel. Ich war glaube ich schon da. Boah, der ruckelt. Gib ihm Mund. Boah, alter. Des war knapp. Des war Knäppchen, ne. Oh. Ist es endlich vorbei? Tja. Alle Taschen voll. Ich habe jetzt alles mit der Sekundären gemacht, ne. Krass. Ja. Und rein da. Jetzt aber rein hier. Ja, da ist eigentlich gleich ein Checkpoint. Ich muss mich eh bei heute entschuldigen, kann nicht allzu lange. Wenn ich morgen wieder arbeiten muss, aber... Wenn ich morgen wieder arbeiten muss, aber... Und gleicherweise bin ich in die Stadt... Also... Also saß morgen Abend da. Und dann schon ein paar. Also jetzt erwischt der ganze Hunde, ey. Oh, der sollte ihm glaube ich nicht so viel nehmen. Oh, what the hell, alter. Huh. Finde ich mir einfach so. Boah, alter. Die gehen nicht da. Oh, Mann. Mit dem habe ich jetzt gerade gar nicht geredet. Alter, der schnappt mich. Der schnappt mich mal. Okay. Der hält doch nicht mehr aufgestanden. Was ist denn eine Bohrinsel oder was? Ja, der Bohrer, der hat dann einen Typen aber richtig fertig gemacht. Also er hat sich durch sein Auge durchgebohrt. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Naja, das macht halt schon ein bisschen damit. Eine gute Waffe. Aber der macht halt auch wieder mit. Aber der macht halt auch wieder mit. Ja. Ja. Das sind die Waffe. Das sind die Waffe. Und das sind die Waffe. Und das sind die Waffe. Ah, es kriegt den Medellinus. Ja, wo hat er vorhin? Das hat ihm noch was gegeben. Zum Glück ist das vorbei. Hm. Ich weiß nicht, ob er zu klein laufsicher ist. Ob die wichtig sind oder eher netzer? Ja, das war jetzt gerade nur random, wenn ich die Atecke gemacht habe. Ich wollte eigentlich den Hund nach vorne schicken. Hm. Das ist aber was ganz anders. Das sieht nicht gut aus. Hm. 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 Wie viel nachladen hast du es natürlich gleich. Okay. Alles klar. Der wollte nicht mehr. Der hat es einfach hingestellt. Der wird es einfach nur beendet haben. Hm. Da ist ein Stein dran. So lange es egal ist. Das wäre auch egal. Blöd, dass ich nicht weiterkomme. Die ganze Sau geht auf jeden Fall. na los, na los na ja da ist es tut weh Da war genau den Schwachpunkt dran. Oh nein Alter, das ist gleich wie vorher. Geh weg, was zum Weg kommt. Ja, diesmal ging es schon besser. Aber vielleicht war er einfach schon ein bisschen schwächer einfach. Ich weiß nicht mehr von wo ich gekommen bin. Hm. Jetzt sagen wir laufen jetzt mal bis zum nächsten Checkpoint. Und dann schauen wir weiter. Wobei ich wirklich dazu tendiere, dass wir dann morgen wieder weiterspielen. Ich werde schon einfach zu müde gehen. Hey, da ist ein Checkpoint also. Hm. Mit der Graubsicherheit einfach ganz alt. Mit der Wälder ist halt der Hund halt ziemlich nützlich. Na ja Freunde, ich muss sagen, sorry. Er war zu müde. Ich schlafe nämlich fast ein. Wir müssen uns aber morgen. Okay. Dann.